Und damit Willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wie gesagt, wir kämpfen uns weiter durch die Sachen durch, die wir noch nicht gemacht haben, nämlich die Golems noch durch Lilianas Lied und die Chroniken der Dunklen Brut haben wir ja schon abgeschlossen. Jetzt möchte ich gerne Lilianas Lied und Hexenjagd beginnen. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit Lilianas Lied. So, ich hoffe, es passiert jetzt was Interessantes. Wollt ihr ein Geheimnis erfahren? Diese Geschichte handelt von der Torheit. Ich kenne die Ereignisse und die Wahrheit, aber das Ende kenne ich nicht. Lasst sie mich erzählen und vielleicht finden wir es gemeinsam heraus. Was ist das denn jetzt? Ein Intro wie in der Fernsehserie? Liliana Wirklich nett Marjolein Monate der Planung und Gefälligkeiten. Alles ist vorbereitet. Ferelden wird lernen, dass Orlais das Spiel beherrscht. Aber nach unseren Aufträgen und einer persönlichen Angelegenheit gehört der Rest danach dir. Bist du dem gewachsen, meine Schöne? Du weißt, ich bin zu allem bereit. Ja, das bist du. Dank mir. Ich beobachte dich. Enttäusch mich nicht. Ich liebe es, wie sie geht. Da geht mir der Stein auf. Bitte. Da geht mir der Stein auf. Ach, wir spielen Liliana. Ach so, ich habe gedacht, ach so interessant. Das wird lustig. Gönnen wir uns ein wenig Spaß mit den adeligen Fereldens. Sie sind so ahnungslos. Bekunden wollen wir nicht Diebstahl. Beleidigungen. Und einen Schuss Rache. Augen auf. Wir kennen unsere Ziele. Suchen wir sie. Die Waren, nach denen wir suchen, werden in diesem Viertel gelagert. Äh, wo sind wir denn eigentlich überhaupt? Ach, wir sind auf dem Markt von Denerim. Die Waren warten nur auf einen Vorwand, um ihre Klingen ziehen zu können. Ach so. Was sind wir hier? Die Anschlagskraft der Kantorin. Das übliche Mitleidsgejammer. Diese Anschlagstafel braucht ein wenig. Auffrischung. Okay. Auffrischung. Machen wir jetzt etwa die Sachen etwa... Naja. Wohin geht es jetzt? Ist das dein Ernst? Du vergreifst dich an den Almosen? Wenn ihr Erbauer das bisschen vermisst, hat die Kirche größere Probleme. Alter. Was machen wir denn? Was müssen wir denn überhaupt machen? Lilianas Lied. Besiege den Bann. Ach du Schande. Das ist immer cool. Das ist ja mal cool. Wir machen einfach freche Sachen hier als Lilianer in der Stadt. Bleibt immer schön freundlich. Die Wachen haben noch keinen Grund, Jagd auf uns zu machen. Okay. Seitenteppich. Das ist ja mal cool. Klingt, als hätte Marjolaine ihr Ziel gefunden. Äh, Pöge Marjolais Beispiel. Marjolais hat sich in so einem Hauptmann gerechnet, ihn von dem Gasthof fliegen lassen. Auch wenn Marjolaine es möglicherweise als Einmischung auffassen könnte, wäre es vermutlich am Sancti, ihre Arbeit dort etwas hinzuzufügen. Man hat sie aber auch lachen gehört. Man hat sie lachen gehört. Das ist ja ein sehr interessantes Spiel. Das habe ich auch noch nie gespielt. Die Musik ist auch sehr interessant. Ein bisschen so in die Comedy-Richtung. Macht schon. Öffnet die Tür, verdammt. Da ist... Wer? Jovi Marris? Oh nein, es hieß doch, mir geschieht nichts. Unser Auftraggeber war euren Tod. Das ist eure eigene Schuld. Darüber hättet ihr nachdenken sollen, bevor ihr Lügen verbreitet habt. Ich gehe nicht zurück. Niemals. Soll mir recht sein. Zeige! Wirst du schlippen! So. Dein Tod reicht dir nicht. Du hast wirklich einiges von Marjolaine an dir. Oh. Wie kann man von so miesem Essen nur so schwer werden? Äh... Das sind Teile der Westenjahre, die auch schon schnell jahre ausgefahren, die auch nur sie nach Pellberg gekommen ist. Die wurden offenbar nicht im Kampf erschürzt. Äh... Sechs Teile gibt es davon. Man findet nirgendwo bessere gekochte Innerein als in Ferelden. Interessant. Die sind extra aus Orlea gekommen, um hier in Ferelden für Chaos zu sorgen. Sehe ich das richtig? Ist das richtig? Oh. Oh. Womit ist denn Liliana ausgerüstet? Hallo. Oh. Es sind genug Ferdinand. Oh. jetzt sind die wachen wohl hinter uns her immer her mit ihnen kriegst du denn nie genug nein ich werde es tun rambol's reliquien als hätte er sie gefunden die gestohlenen antiquitäten aus dem hinterstellen das sind ja unsere schmuckstücke aus dem norden haben wir jetzt bekommen was da dann okay was das für komische die will ziehe habe ich auch noch nie gespielt zwei worte ist feste kleidung feinste kleidung dieser war eindeutig noch nie schulden kostüme stehlen suchen wir nach einem besseren verwendungszweck für sie es ist nicht ganz so hübsch wie ich es an erinnerung hatte vielleicht fällt uns für diese dinge etwas besseres ein als sie einfach wieder zu verkaufen du könntest die waren gegeneinander austauschen die händler werden nichts besseres zu tun haben als sich gegenseitig zu beschuldigen die kinder ja auch sehr kinder herausragende import waren der mann ist wirklich von sich überzeugt wenn friedlich der röllischen schmuck stehlen das ist toten schmuck der frage mit speichern wir mal ich wusste dass irgendetwas faul ist lasst sie nicht in meine nähe der fan ich werde ich zeigen das ist das nicht so was da raus springen soll wenn wir uns ansprechen können wir besser abschneiden was für ein spaß aber wäre es zu niveaulos ihn zusammen zu schlagen ja gleich wir sollen ihn seiner würde berauben nicht seiner sachen wenn wir sie an einem amüsanten ort hin verlassen ist das ein und dasselbe okay ähm sie scheint so ein bisschen in die art kommen in die richtung zu gehen die musik ist so das intro war auch so interessant muss schon sagen irgendwie komisch hinterlassen wir mal die sachen an einem wunderschönen ort warte mal ach wir können jetzt mal ein signal geben ach so ok machen wir mal matulaine matulaine spiel jetzt nicht mit mir so macht man das oh meine schöne ganz außer atem und deine frisur in orlais wäre das ein skandal und das liebst du ja hör auf zu stricheln das klingt als würdest du es auch lieben und genauso willst du mich doch haben oder ich will dass du immer das beste gibst du hast dir heute nacht keine fehler erlaubt aber war das wirklich dein bestes du brauchst ein wenig inspiration etwas interessanteres als eine nacht in den gassen sorge dafür dass sie alles bekommt was sie braucht wir werden heute nacht nicht zur ruhe kommen wie lautet der auftrag lass mich nicht im unklaren welches ziel hast du für uns ausgesucht alles zu seiner zeit im moment musst du nur wissen dass wir uns eine besondere pause verdient haben sobald alles erledigt ist bereite dich vor und komm dann zu mir zurück lassen sofort aufbrechen mein können ist alles was ich brauche matulaine ich bin immer bereit genau das meine schöne wollte ich hören das ist extrem seltsam heiliger stein man kann doch nicht nach denner im kommen ohne das anwesen des arts zu besuchen du bist verrückt der aal ist nicht hier und ein großteil der königlichen wachen scheint mit irgendwelchen problemen auf dem markt beschäftigt zu sein unser auftraggeber möchte einfach nur dass wir einen einbruch vortäuschen um einige belastende papiere zu hinterlassen so wird niemand vermuten dass sie gerade erst hier deponiert wurden oder befürchtest du vielleicht dass du dieser aufgabe nicht gewachsen bist wie lauten die details hast du sonst noch etwas für dich behalten was das für papiere sind und wer uns angeheuert hat zum beispiel ich glaube es sind zahlungsbelege die auf einige geliebte hindeuten und du weißt ebenso gut wie ich dass wir die spieler nicht kennen müssen wir lassen die adligen entscheiden wem sie die schuld geben wollen wir sorgen nur dafür dass das spiel beginnt so ist es jetzt teilen wir uns auf um die wachen voneinander zu trennen suchen uns einen netten weg ins innere und platzieren die papiere so dass sie gefunden werden ohne dabei zu auffällig zu sein und zwar im schlafzimmer so wird es schön persönlich lass mich nicht warten das ist glaube ich das aal von aal how wir brauchen ein wenig chaos um unser wahres ziel zu verschleiern könnten wir das vielleicht tun ohne eine spur zu hinterlassen die direkt zu uns führt immer auf der suche nach einem sicheren ausweg was junge oh mein gott wenn ich das dort habe na los Warum ist Liliana hier so extrem kriminell? Und wo? Warte mal... Äh... Keine Ahnung... Na los... Leichnen mit Soldaten... Das ist super geklappt, ey! Acht da! Das ist unser Weg hinein! Das Fenster in der Ecke können wir erreichen! Ah, okay... Da rein? Also der Ziel ist schon ein bisschen komisch... Ich habe ihn niemals gespielt... Also gut... Wir suchen uns noch mehr Soldaten und sorgen für ein bisschen Chaos, bevor wir die Papiere deponieren! Ich liebe es, wenn du so redest! Und dich liebe ich auch, Sketch! Äh... Äh... Sketch ist ein komischer Typ! Wir sind wieder im Aal-Anwesen! Das ist immer interessant! Will ich nicht Ferelden etwa die Folter? Oder ist sie nur erlaubt, weil der Aal gerade nicht da ist? Das spricht nicht unbedingt für denjenigen, der momentan das Sagen hat! Oh ja... Oh ja... Ich finde den alle geschlossen! Meine Herren! Na los! Der Elf! Kämpft auch! Uh! Soll dich sind noch mehr! Habe ich nicht gesagt, wir sollen die... Huch! Wo ist denn hier denn der? Und da kam ich doch auf! Der Elf! 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 Interessant! schönes bedient euch immerhin soll es ja nach einem einbruch aussehen ja weltwebel Oh mein Gott, ich bin gespannt, dass noch alles auf dich zukommt. Oh, seht nur, meine Verletzungen bilden ein hübsches Muster. Äh, nee, das kenne ich. Kommt, Kommandant, zeigt mir euren kleinen Drachen. Was zum... Was zum, keine, macht sie da. Hallo. Also Liliana ist, oh, Liliana ist ja ganz schön krass drauf, muss ich sagen. Äh, ups. Die ist ja ganz schön krass drauf, das Mädel. Äh. Noch mehr Soldaten. Ein Nagia. Interessant, was die alles hier besitzen. Ich bin gespannt, was Marjolaine hier macht. Wo ist sie hin? Marjolaine wird uns schon finden, wenn sie ihren Spaß hatte. Das macht sie immer so. Hm. Das Hauptschlafzimmer. Wir können die Papiere im Schreibtisch deponieren. Dann machen wir das mal. Okay. Das sind... Was hast du mit diesem Gang gemacht? Marjolaine? Wo warst du? Wer war dieser Mann? Was? Ach, nur irgendein Offizier. Ich habe versucht, größeren Kämpfen vorzubeugen. Ein Offizier? Wer... Und was ist hiermit? Mit diesen olesianischen Militärsiegeln? Keine Zeit, das auszudiskutieren. Das gefällt mir nicht. Später, Liliana. Los jetzt. Ich erkenne die Stimme von Marjolaine. Sie ist ja die Stimme von, äh, Samara, der... Justikaren, ne? Der Justikaren aus, ähm... Mass Effect. Krass. Drei, sechs, zwei im Sinn. Nein. Ihr seht ein wenig verstört aus, Kleine. Ben ruft ihr euch dieser Auftrag nicht? Bereitet es euch keine Sorgen, dass wir hier sind? Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Meine Geldbörse folgt Marjolaine. Sie hat einen Blick für Geld. Aber wenn wir geschnappt werden... Wenn ihr geschnappt werdet. Ich weiß nie, was ihr so treibt. Und genau so mag ich es auch. Lass uns handeln. Zeigt mir einfach, was ihr auftreiben konntet. Ach, du Schande. Hm. So, schwarzer Lyrium-Trank. Brauche ich nicht. Wächter des Nordens. Eisenring. Ja, weg damit. Weg damit. Manuskript. Manuskript, äh. Gestohlen Antiquitäten aus der Winter. Hm. Habe ich genug Gold gemacht. Bist du etwa mit Kochen an der Reihe? Ich muss einfach irgendwas tun. Das Anwesen des Arls und diese Soldaten? Die Templer sollten die Magier in Ruhe lassen und lieber Jagd auf Leute wie Marjolaine machen. Warst du auch überrascht? Ich hatte schon Angst, ich sei die Einzige, die nichts von dem Plan wusste. Du bist doch diejenige, der sie alles erzählt. Warum bist du dann mitgekommen? Ein abtrünniger Elf muss dafür sorgen, dass er immer in der Nähe seiner Freunde bleibt. Ich kann schon alleine aufgrund eines Gerüchts gehängt werden. Unbeabsichtigter Hochverrat ist da vielleicht doch etwas zu viel des Guten. Wie würdest du es wieder in Ordnung bringen? Ich mache mir auch Sorgen, aber wir bringen es wieder in Ordnung. Wir sollten einfach untertauchen, anstatt abzuwarten, bis wir geliefert sind. Du willst nicht zurück nach Olle? Es gibt nicht viel, wohin ich zurückkehren könnte. Und wenn sie erst einmal glauben, dass ich eine Gefahr für das Land bin, bleibt noch viel weniger. Vermisst du Olle denn nicht? Ich könnte den Gedanken, meine Heimat niemals wiederzusehen, nicht ertragen. Ich wünschte, ich würde dieses Gefühl kennen. Manche von uns erfüllen einfach nicht das Idealbild einer Badenspionin. Nimm mich zum Beispiel. Du ermordest die Musik. Ich rede mit ihr über die Papiere. Ich muss mit Marjolaine darüber reden. Und zwar schnell. Ein Glück, dass ich das nicht machen muss. Hast du auch was zu sagen? Nun, Marjolaine steckt voller Überraschungen. Ich muss einfach mit ihr über die Papiere sprechen, oder? Es scheint, als hättest du dich bereits entschieden. Wusstest du etwas über den Auftrag? Hat Marjolaine dich auch im Dunkeln gelassen? Das tut sie doch immer. Nein, nicht immer. Das mag vielleicht für dich gelten. Ich erfahre nur, wo und wann. Und meistens reicht das auch. In Val Royo war es sowieso ziemlich ruhig. Außergewöhnlich ruhig, um ehrlich zu sein. Was für das... Das hätte ich auf deinem Raum konzentriert. Marjolaine hat diese Mission seit Monaten geplant. Sie hat dafür sogar ein paar Aufträge abgelehnt. Das hat uns ausgehungert. Und ein wenig blind werden lassen. Aber bestimmt nicht mit Absicht. Natürlich nicht. Äh... Was würdest du tun? Wir müssen etwas tun, bevor die Sache zu einem Problem wird, Tuck. Aber was? Naja, ich würde einfach mein Geld nehmen und wieder nach Orlais abhauen. Ich habe da eine Kleine, die ganz heiß darauf ist, ihren adeligen Gatten für mich zu verlassen. Wir haben einiges veranstaltet, um den Markt entsprechend vorzubereiten. Irgendjemand wird wissen, dass wir hier waren. Marjolaine hat einflussreiche Leute in der Hand. Sie weiß, wie man mit Verrat fertig wird. Ja, vielleicht. Sind meine Sorgen berechtigt? Vielleicht mache ich mir ja zu viele Gedanken. Diese Papiere waren nicht Teil des vereinbarnden Auftrags. Sie stellen ein besonderes Risiko dar. Dann solltest du sie wissen lassen, dass du dir auch Sorgen machst. Ob sie davon weiß und ob es sie interessiert, sind zwei verschiedene Dinge. Ich rede mit ihr. Ich bin mir sicher, das alles ist nur ein Missverständnis. Wir können es wieder in Ordnung bringen. Das wird sie nicht gerne hören. Tucks Gepäck. Tuck. Ist hier irgendwo ein Geheimgang? Sketch-Bücher. Sketch. Ach, da ist noch... Ach so, da ist noch etwas... Dann gehen wir mal rum. Meine Sorge war also berechtigt. Das spielt keine Rolle. Vergiss nicht, mit wem du sprichst. Stell mich vor den anderen niemals infrage, Liliana. Weder auf einer Mission noch sonst wo. Das Spiel ist eine Sache. Wir spielen die Adligen gegeneinander aus und die Mächtigen sehen weg. Es ist nur ein Spaß. Aber diese Papiere... Wenn das olesianische Militärsiegel sind, ist es Hochverrat, sie nach Ferelden zu bringen. Bei Hochverrat sieht niemand weg, Marjolaine. Sie werden uns öffentlich hängen. Meine Schöne, so verloren an einem fremden Ort. Geht es darum, dass du mich mit diesem Offizier gesehen hast? Es geht darum, dass du uns alle in Gefahr bringst. Du hast uns damit überrumpelt. Hätte ich davon gewusst, hätte ich es dir ausgeredet. In Orlais warst du nie so zögerlich. Vielleicht habe ich dich einfach zu früh von der Straße geholt. Marjolaine, bitte. Du lässt mir keine Wahl. Wir werden es rückgängig machen. Nur für den Fall, dass irgendjemand es herausfinden könnte. Das wird nicht einfach. Vergiss nicht, dass du darum gebeten hast. Hauptsache, wir sind dann sicher. Ich danke dir, Marjolaine. Unser Leben ist auch so schon aufregend genug, nicht wahr? Halte dich bereit. Ich brauche einen Moment. Gibt es hier irgendwas, was ich... Ah. Marjolaine. Da ist sie. Gut, dann würde ich sagen, ich beende genau an dieser Stelle hier die Folge. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao.